Dr. Wahnsinn hier. Diesmal nicht aus der Gruft, sondern direkt aus dem Krankenhaus, wo ich ein Interview geführt habe. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Die Geschichte heute ist mal was ganz anderes und wird euch sicherlich fesseln und Gänsehaut geben. Aber jetzt genug der Vorrede, wir wollen ja nicht, dass die Spannung nachlässt, oder? Also, wenn euch die Geschichte gefällt, haut rein in den Like-Button und lasst eure verrückten Kommentare da. Noch nicht abonniert? Dann wird es höchste Zeit, den Abonnieren-Button zu klicken. Auf in den Wahnsinn! In einem kleinen Dorf weit entfernt von der Hektik der Großstadt lebten zwei Schwestern Allison und Ellie. Sie waren unzertrennlich und teilten alles miteinander, von Geheimnissen bis hin zu Ängsten. Doch eines Nachts änderte sich alles. Ein unerklärliches Ereignis störte die friedliche Atmosphäre ihres Zuhauses und ließ die Schwestern in einem Zustand der Verwirrung und Angst zurück. Allison, die Ältere der beiden, begann seltsame Geräusche zu hören, die aus Ellies Zimmer kamen. Anfangs schob sie es auf ihre lebhafte Fantasie, aber als die Geräusche an Intensität zunahmen, konnte sie nicht anders als nachzuforschen. Was sie entdeckte, war jenseits ihrer schlimmsten Albträume. Ellie war nicht mehr dieselbe. Sie war zu etwas Unheimlichem geworden. Etwas, das nicht von dieser Welt zu sein schien. In ihrer Verzweiflung suchte Allison Hilfe und fand sich schließlich in einem psychiatrischen Krankenhaus wieder, wo sie auf einen ungewöhnlichen Interviewer traf. Dieser Mann schien mehr als nur ein einfacher Therapeut zu sein. Er war ihre letzte Hoffnung, die Wahrheit hinter dem schrecklichen Geheimnis zu entdecken, das ihre Familie zerstört hatte. Bereit? Ja. Würdest du bitte deinen Namen und ein wenig über dich selbst für unsere Aufzeichnungen angeben? Allison Jacob Mills. Und ich bin 19 Jahre alt. Das ist in Ordnung. Wann bist du hierher gekommen, Allison? Ich denke vor drei Monaten. Und ich weiß, dass du unter starker Medikation stehst. Sehr stark, ja. Ja, das tut mir leid zu hören. Diese Fragen könnten albern klingen. Ich versuche nur ein Gefühl dafür zu bekommen, wie es dir mit allem geht. Weißt du, wo du bist? Ich weiß, dass es ein psychiatrisches Krankenhaus ist. Aber ich weiß nicht, wo. Und du weißt, dass ich kein Mediziner bin, oder? Du bist keiner? Nein, ich bin eher ein Doktor des Wahnsinns. Wahnsinns? Ich bin aber nicht wahnsinnig. Ich werde zuhören, was du über alles zu sagen hast. Und wir werden darüber sprechen, was passiert ist. Jetzt hast du vor Gericht gesagt, dass du nicht verrückt bist. Und nicht viele Leute haben dir geglaubt. Mein Anwalt hat mir gesagt, ich soll sagen, ich wüsste nicht, was ich tue. Aber das wusste ich. Und was war das? Ich habe versucht, es zu töten. Kannst du die Ereignisse erklären, die zu dem Vorfall geführt haben? Dinge haben angefangen zu passieren, nachts zuerst. Ellie, steh auf, verdammt nochmal. Jemand versucht hereinzukommen. Was? Hör zu! Ich höre nichts. Da war nichts. Am nächsten Tag wachte ich auf und sie war im Badezimmer eingeschlossen. Ich dachte mir nichts dabei. Sie steht normalerweise vor mir auf, aber dann hörte ich sie dort weinen. Ich glaube, er ist in mein Zimmer gekommen. Sie zeigte mir ihren Hals. Ich sagte ihr, sie solle sich keine Sorgen machen. Ich sagte, es seien nur Insektenstiche. Aber ich konnte die Zahnabdrücke sehen. Das Geräusch weckte mich auf. Was hast du dann gedacht? Ich dachte für einen Moment, etwas wäre in ihr Zimmer gekommen. Aber du warst im zweiten Stock. Deshalb bin ich erstarrt. Du hast die Tür nicht geöffnet. Nur einen Spalt. Was hast du gesehen? Das Bett war leer. Blut auf den Laken. Es versteckte sich in der Ecke. Und deine Schwester? Verschwunden. Ich wusste, sie war tot. Da saß sie am Küchentisch und wartete auf mich. Aber es war nicht deine Schwester. Sie sah nur so aus. Es hat das gut gemacht. Es? Ja. Wann hast du beschlossen, es zu töten? Zuerst dachte ich, es will nur, dass alles so ist, wie es war. Aber dann habe ich gemerkt, es ist nichts. Immer wenn es normales Essen aß, musste es sich übergeben. Es wurde jeden Tag hungriger. Und du dachtest, du bist in Gefahr? Ja. Was ist als nächstes passiert? Ich habe meine Schlafzimmertür nachts abgeschlossen, damit sie nicht reinkommt. Sie dachte, ich schlafe. Ich tat nur so. Ich hatte nichts, um es zu verletzen. Hat es dich angegriffen? Nein. Wie weißt du, dass sie da war? Du hattest die Augen geschlossen, oder? Wie weißt du, dass es nicht einfach Äste auf dem Dach oder so waren? Ich habe meine Augen geöffnet, als ich dachte, es wäre weg. Ich sah sie im Fenster, wie sie mich beobachtete. Ich habe versucht, sie am nächsten Tag zu töten. Ellie? Was ist los? Du warst meine Schwester. Wer sonst sollte ich sein? Du hast sie getötet. Alison, was hast du in der Hand? Du kannst deine Augen schließen. Ich will nicht, dass du mich mit ihren Augen ansiehst. Warum hast du gesagt, du hast versucht, es zu töten? Wenn du ihr Grab überprüfst, wird es leer sein. Wie hast du davon gehört? Was? Von der Grabschändung. Sie ist nicht gestorben. Sie haben sie begraben, aber sie war nicht tot. Wie weißt du das? Sie beobachtet mich immer noch im Schlaf. Fortsetzung folgt. Fortsetzung folgt.